Marken sind Stars in unseren Herzen. Sie flüstern uns in Sekundenstelle zu, ich bin aus gutem Hause, bei mir kannst du keinen Fehler machen. Sie sind Qualitätsversprechen, erarbeitet über Jahrzehnte von Riesenteams. Zur Marke des Jahrhunderts wird eine Marke, die es in die Champions League geschafft hat. Das Beste, das eigentlich alle wollen. Sie definiert eine ganze Gattung von Produkten oder Dienstleistungen, ist eine Ikone der deutschen Wirtschaft. 1975 gab es eine kleine Revolution auf Deutschlands Schulhöfen. Plötzlich wurden die unbequemen und schweren Ledermappen über Nacht abgelöst von farbigen, leichten Schulranzen. Seitdem wurden mehr als 11 Millionen Kinder mit Scoutranzen eingeschult und haben noch einen gigantischen Vorteil, die Sicherheit. Denn durch fluoreszierende Materialien, durch retroreflektierende Katzenaugen und so weiter, ist die Sichtbarkeit im Verkehr natürlich eine viel, viel bessere als mit Leder. Scout, eine Marke des Jahrhunderts.